Wir müssen jetzt... Ah nein! Arg Adelsviertel Komm Komm No fighter Die Tür benötigt einen Schlüssel, aha Pass auf, ich speichere hier nochmal Geh dann hier raus und guck mal, wie ich nochmal weiter muss Hm Krieg für unsere Hau... Ich will jetzt, dass ich hier wieder reingehe Und da oben wieder raus Ja, aber da oben war ich doch schon Ach, Mist Ja... Laden Verdammt Kommode, Laute Schockgift Ille Schuhe, feine... Hä? Scheiße Nein Ich würde gerne hier Das ganze Laden und Hier dann auch nochmal speichern Damit ich auch hier wieder zurückkomme Da... So... So... Ah... Ah... Laden... Da... Ich muss doch da irgendwie... Ich muss doch da irgendwie... Mist Verdammt... 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 Unsichtbarkeitstrank... Unsichtbarkeitstrank... Was? Ich habe doch den Unsichtbarkeitstrank drinne... Wieso sieht das... Wieso sieht das... Wieso sieht der mich, wenn ich den Unsichtbarkeitstrank drinne habe? Ach... Ach... Mist... Ähm... Wie komme ich denn jetzt gegen den an... Laden... Ja... Ich muss eigentlich nur warten, bis er zurückgeht... Bis er wieder hingeht... Dann kann ich gucken, ob ich irgendwo anders einen Schlüssel finde... Das Adelsviertel komme ich nicht rein... Na? Kann ich nicht... Oh, sch**t... Spassion! Okay. Nein! Verdammt! Oh, 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 oh. Der hat auch nichts dabei. Geh ich mal von hier aus. Wie verdammt nochmal komme ich an Beweise dran? Bei allem, wo bekomme ich den Schlüssel her? Ich habe den Hausschlüssel. Und jetzt einfach warten. Warten. Okay. Okay. Na? Geh jetzt gleich wieder zurück? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich habe einen Hausschlüssel. Gefängnisschlüssel. Haustürschlüssel. Hausschlüssel. Hm. ab jetzt als viertel wir gucken jetzt von draußen mit dem haustür schlüsseln irgendwas dran kann ihr seid fremdländer was ihr hättet euch keinen besseren zeitpunkt aussuchen können um nach enderal zu kommen seit neuestem erhebt der orden schon wegelose und unterstädter zu hütern da erzähl mir jemand mal was von tradition und werte bewahren ihr habt doch den hausschlüssel da geholt hausschlüssel ich brauche scheinbar irgendeinen anderen schlüssel laden wir nochmal da oben und gucken wo der hausschlüssel hin gehört kommt hier hin Komm, lauf zurück. Mal gucken. 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 Mal gucken.